Konnichiwa, Bitches! Willkommen zurück zu Let's Playsaw! Warte mal, okay, okay, ich muss mich nur gerade wieder orientieren, wo wir waren. Muss ich hier durch? Ja, genau, das war dieser hässliche Bombenraum. Warum geht da noch nichts los? Da habe ich nichts gefunden. Sollte da jetzt nicht irgendwie... Ah, okay, jetzt. Oh! Ich hatte gerade für einen ganz kurzen Moment tatsächlich vergessen, dass die Kamera läuft. Sicherung! Oh, awesome! Komm schon! Sicherung rein! Und jetzt? Und jetzt? Fünf, sieben, neun, oh Gott, oh Gott, oh Gott, fünf. Fünf, 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 fünf. Ah, sieben, neun. Lass mich da rein. Uh! Habe ich ein Glück? Heute? Hallo? In den OP-Saal-Schluss. Schluss! Oh! Lass mich! Oh, das ist... Das Ding kenne ich doch. Die Tür mit den vielen... Sind wir da nicht schon vorbeigekommen? Huch. Can you rescue her? Detective Tab? Fragezeichen? Ja. Aber sowas von. Soll ich da jetzt durchgehen? Was ist da denn? Freedom! Was? Freedom? Kann ich hier durchspringen? Ist ein Illusion. Ja, nee, ist klar. Ist das fies. Freedom is ein Illusion. Okay, das finde ich nett. Das ist putzig. Okay. Komme ich jetzt dann... Komme ich jetzt dann zu der alten in dem OP-Saal, die ich retten muss? Endlich mal! Warum? Was ist hier? Gibt es hier was? Das sind bestimmt nur Scherben. Ich bin so Trolle-Läu. Oh. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Oh. Okay, da sind wir. Ich tue mein Bestes, Pläne. Was ist das denn für ein Ding? Now, the needle will save your life. Each of you will be injected with different poisons that will slowly break down your body. The device in front of you contains the antidotes to each of the poisons. The red vials go to the left and the blue vials go to the left and the blue vials go to the right. But be careful. Okay. Okay. Oh, super. Oh, super. Und ich gehe mal auf das Gegenmittel. Ah, nein, das war falsch. Doch, das war richtig. Ah, haha, das war richtig. Oh, mein Gott. Okay. Gegenmittel war links. Also, das war das rote. Das heißt, das fällt, das ist jetzt wieder rot. Das fällt dann so rum und so rum und geht ins rote rein. Das heißt, ich brauche jetzt blau. Ach, das ist ja einfach. Ernsthaft jetzt? Äh, blau? Blau? Ich glaube blau. Ja, doch, blau. Und wieder... Ja, jetzt ist es rot. Es ist doch rot, oder? Ja, das ist rot. Ja, ist gut. Ich mach ja schon. Alles cool, alles cool. Rot. Ähm, blau. Wie viel davon muss ich denn... Äh, wieder blau. Okay, rot. Ist das überhaupt richtig, was ich mache? Ja. Ja. Hihi. Was? Das geht noch weiter? Ach, guck mal, jetzt sind da unten doppelte. Okay, also blau... Ist das... Jetzt, Moment. Ne, das muss blau sein. So. Und es fällt dann um, wenn zwei drinnen sind. Das heißt, ich baue wieder blau. Blut und blut. Ha ha. Okay. Äh. Dieses Piepen. Dieses Piepen. Ja, ne? Äh. Ich mach einfach mal so. Freie Nacht. Falsch, falsch. Ups. Nicht sterben. Du musst nicht... Ah Gott. Piep, 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 piep. Äh, äh, blau. Äh, blau. Geht da hin? Wieder blau. Aha, aha, aha. Ich geb mein Bestes. Rot. Blau. Oh, Himmel. Dieses Gepiepe. Da soll denn noch so was klarkommen, Mensch. Oh. Das ist cool. Oh, ich hab's geschafft. Das ist okay. Das ist okay. Du bist okay. Was hast du mit mir gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin nicht er. Ich bin nicht derjen, der... Es ist okay. Ich bin okay. Ich weiß. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did he look like? That's all you care about? I just nearly died. We're all here because of you, Detective. Oh, hell with this. Kannst du ja ruhig ein bisschen dankbarer sein hier. Was soll denn das? Beschädigte Waren? Was? Das ist ein Mensch. Keine beschädigte Ware. Was soll denn? Oh. Oh. Ich kann nicht glauben, dass ich hier wieder bin. Schau. Du weißt, ich habe es durch einen von seinen Tests gemacht. Jetzt müssen wir uns bemerkbar sein. Die Tür sind nicht, was sie sehen. Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass dieses gesamte Asylum gebrochen wird. Spielt bei den Regeln. Und wir beide können es machen. Er schaut. Du hast bereits einen Trappbio. Wie kann ich... Clearly, ich habe das Tests gemacht. Das ist warum er mich zurückgekommen ist. Und mit einem fuckingen Kopf, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control. Not you, Detective. Oh. Okay. Mehr hat er nichts zu sagen. Gehen wir weiter. Hoch. Was? Oh Gott. Was ist denn mit dem passiert? Amanda, Mann. Amanda, warum stehst du da? Geh doch weg. Oh, Himmel. Dieses Spiel zum Glück. Zum Glück habe ich da hinten Licht angelassen. Oh Gott. Hi, Tonband. You might want to ask him what really happened in that hit-and-run case you two worked on. That is, if he is alive, by the time you find him. Can you forgive one who has a secret justice to protect himself? I suggest you already protect him. Nee, ich geh erstmal gucken was hier ist. Und zwar gar nichts. Hast du grad irgendwas umgeschmissen, Alte? Okay. Warum help me? Komm rein, Amanda. Mach die Tür zu. Oh Gott, ich glaube da hat gerade einer seinen Test gefailt. Ich will da nicht rein. Mein Gesicht juckt. Was? Was? Oh Gott. Was ist das so? Oha. Oha. Okay. Oh nein. Amanda. Aber ist Amanda nicht sonst... Oha. Äh, was? Dankeschön. Toll. Toll. Ich habe mich voll gefreut, endlich nicht mehr alleine sein zu müssen. Jetzt nimmt er mir hier einfach meine Begleitung weg. Aber sonst... Keine Ahnung. Der Film war doch Amanda immer unter der Schweinemaske. Wer ist denn dann jetzt da drunter? Beziehungsweise ich habe auch irgendwann... Okay. Oh Mann. Oh Mann. Was? 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 Find, 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 find. Da, 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 da... Tzu, tzu, tzu... Tzu, tzu, tzu... Ich soll den Zug finden? Im Ernst jetzt? Nein! Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Hä? Ich versteh's gar nicht. Was soll jetzt irgendwas unten sein oder was? Oh, das tut mir leid, Alter. Oh, wer bist du denn? Lass mich raten, ich muss da lang. Ich kann nicht hier lang. Aber da ist einer. Ich will da nicht hin. Der boxt mich jetzt bestimmt gleich voll um. Hä? Okay. Oh. Ja, jetzt seh ich es auch. Sprengfallen. In Jigsaws Welt kann selbst das Gen gefährlich werden. Achten Sie auf Schrotflinte... Schrotflinte Stolperdrähte am Boden. Und deaktivieren Sie diese, bevor Sie losgehen. Sie können diese mit den richtigen Objekten auch wieder aktivieren und gegen Ihre Feinde einsetzen. Yep. Ähm. Tür verschlossen. Ja, ich weiß. Tür verschlossen. Ja, da war doch jetzt gerade was mit X. Falle entschärfen. So. Ich glaube, wir werden es schon noch erleben, wie ich da reinlaufe. Äh. Haha. Okay. Boilerraum. Jetzt gucke ich natürlich die ganze Zeit auf den Boden. Mhm. Gut. Okay. Dann gehe ich halt da lang. Das ist gar kein Problem. Da mach mal Licht. Fallakte lesen. Memo an die Administratoren. Ihnen ist bestimmt bekannt, dass eine der Dichtungen in der Nähe des Kessels heute kaputt gegangen ist. Der austretende Dampf hätte Bruce beinahe den Arm abgerissen. Und der Arzt sagte, dass er ihn vermutlich dennoch amputieren müsste. Es ist viel zu gefährlich, den Kessel weiterhin mit diesem Druck zu betreiben. Wenn die nächste Dichtung kaputt geht, könnte jemand dabei umkommen. Ray Watkins Oberaufseher. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar.